Die 4-Achsigen Elektrolocken vom Typ G441 gehören seit 1947 zum vertrauten Bild auf der Bündner Schiene. Der Modellbahnhersteller BEMO hat die Bobo 1 in H0M bereits vor über 4 Jahrzehnten auf den Markt gebracht. Seit dem Frühling gibt es jetzt auch ein Modell für die Gartenbahn von LGB. Stefan Weiss nimmt sie in der aktuellen Ausgabe vom Schweizer Modellbahnmagazin Locki mit in eine Reise ins Geschichte von dieser Maschine und schaut das Modell ein wenig genauer an. In diesem Video zeigen wir Ihnen jetzt zusätzlich noch Bilder vom fahrenden Modell. Die 4-Achsigen Elektrolocken Ja, ein bisschen gefahren sind wir jetzt mit der Locki. Doch hören wir uns jetzt mal genau an, wie die Lock auch klingt. Die 5-Achsigen Elektrolocken Wir kommen im Schnellzug nach St. Moritz. Nächster Halt, St. Moritz. Nächster Halt, Chur. Nächster Halt, Chur West. Nächster Halt, Felsberg. Nächster Halt, Reichenau Tamins. Nächster Halt, Chur. Bitte einsteigen. Bitte Türen schließen. Nächster Halt, Chur. Und das sind die Lichtfunktionen der G441 von LGB. Ich habe mehr Informationen über das Vorbild von dem LGB-Modell der G441 von der Rätischen Bahn. Gibt es in der aktuellen Ausgabe von LOKI. Dort zeigt Ihnen Stefan Weiss, neben dem Vorbild, auch eine ausführliche Besprechung vom Modell. LOKI ab sofort wieder in Ihrem Briefkasten oder als E-Paper sofort und überall. Und wie immer Kritik, Lob und Anregungen bitte in den Kommentaren tragen. Weitere Informationen zur LOKI gibt es im Internet auf www.loki.ch